Die letzten beiden Fragen bitte. Die erste kommt von Heiko Niederer. Ich habe noch eine Frage, die ist eigentlich nicht von mir, sondern von Matthias Sammler. Der sagt zum Thema Dominanz, stellt er die Frage, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben? Ist das so? Fragt er. Fragt er uns? Er fragt nicht euch, aber er fragt allgemein an die Liga. Definitiv hat er das gefragt oder ist das französische Anführungszeichen? Vielleicht ist das die Message nach draußen, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben. Also, wie soll man darauf antworten? Irgendwas hat er zu Konstanz auch gesagt, gell? Also ich sage mal so, völlig unabhängig davon, ich finde es ganz wichtig im Leben, dass man das Glück, das man hat, auch erkennt. Und ich glaube nicht, also ich an Matthias Sammler stelle, würde jeden Morgen, bevor ich das Bayern-Trainingsgelände betrete, Gott danken, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mich da dazuzunehmen. Und ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias Sammler nicht da wäre. Aber was er ansonsten mit der Trainingsarbeit zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da Pepp Tipps, wie so ein Training aussehen kann. Dann wird es ja Sinn machen, dass es sich dazu äußert. Aber wir nehmen Anregungen gerne an und Arbeitstrainingen richtig und gucken, was sich das auswirkt. Vielen Dank.